Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Heute beginnt die zweite Woche von meinem Urlaub und dadurch dass es heute nicht so ein schönes Wetter ist, also es beginnt wahrscheinlich im Nachmittag zu regnen und am Vormittag ist es bewölkt, fahren wir jetzt rückstücken nach Grunten und danach gucken wir, was wir mit Grunten noch machen. Es ist sehr wetterabhängig, aber ich mache mich jetzt ganz schnell fertig und dann geht's los. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020